...vier Notenfesten in der Fliege Nummer 25 stellen sich mit dem Steckdus noch eine zur Erinnerung. Der letzte Sprung ist der Sprung Nummer 8 aus dem Erlaub der Freundin Blumen-Obson. Los geht es mit Schockheim noch einmal begrüßungsapplaus für Jack Jones, Emilia Kiefer. Der erste Sprung ist mit Schockheim. Der erste Sprung ist mit Schockheim. Der zweite Sprung ist mit Schockheim. 999